moin moin und hallo herzlich willkommen zum neuen coolen unboxing video von mir für euch heute mit etwas besonderen für eure beinchen für eure füßchen exakt das pedicure set olymp es hört sich schon ganz schön stark an es kommt von ramos professional in body care pedicure set olymp ist richtet sich an die professionellen da draußen für fußpfleger und flusspflegerinnen und diverse fußpflegerinnen und so weiter höher die perfekte nagelpflege dieses set ist mit acht hochwertigen instrumenten bestückt fürs nagelsättchen das bietet die richtige pflege für jeden nagel und ich hoffe es kommt auch durch meine nägel durch denn meine nägel werden damit nun bearbeitet werden die bestückung schauen wir uns jetzt an so hier ist es leder leder duft ist in der huft in der luft so es ist ein gerät in einem schönen leder etui fühlt sich sehr gut an hochwertiges leder ohne narben so dann haben wir hier einen schönen zipper mit dem großen anfasser auch gut und wir können einmal rundherum gehen jetzt klappen wir es auf und sehen wie professionelle cool guckt euch das ja da ist so ein ein extra ablage ding mit mit skalpell klingen wir sind skalpell klingen diese skalpell klingen dienen dafür für die ersetzung der klingen aus dem skalpell welches hier diesen lieferumfang enthalten ist so haben wir noch mehr da drinnen zu glück war das eingepackt und ich habe da nicht so die klinge gegriffen oder aber das wäre unprofessionell so wir klappen auf und sehen hier oben auch schon den ersten streiter hier das heißt wir haben hier nun ein ein skalpell drin liegen bleibst du auf ein skalpell halter nummer drei mit den zehn ersatz klingen holen wir es mal raus vorsichtig fühlt sich aber wertig an echt aus edelstahl gefertigt merkt man also der skalpell halter wurde aus rost freiem edelstahl hergestellt der ist 12,5 cm lang und besitzt eine gebürstete oberfläche ja das ist echt fein professional super geht's aus jetzt abdeckung aus also das ding sieht schon mal gut aus dieses instrument wird für hobbys wie beispielsweise möbelbau als auch für die fußpflege verwendet es wird zum papier und folien schneiden als auch zum hühneraugen und hornhaut entfernen verwendet ja also hornhaut entfernen damit ist schon eine kunst papier schneiden das kriegen wir auch noch hin aber mit der hornhaut werden wir natürlich auch probieren so das ist also nummer eins wir haben auch noch zehn ersatz klingen dabei und wir gehen von unten da durch ja genau so ist besser sagt und es blieb es bleibt immer schön an seinem ort nächstes teil dieses ding hier ist jetzt nicht im zahnarzt instrument wie ihr vielleicht behauptet könntet nein es ist ein remus eckenheber das pediküre instrument von remus kann zum behandeln und zum heben von eingewachsenen zehennägeln verwendet werden obwohl der eckenheber eigentlich hauptsächlich für die füße verwendet wird können auch finger näbel mit diesem instrument behandelt werden der eckenheber also um die um die ecke rum und dann anheben hier in zwei formen ihr seht ihr schön nagelmäßig geformt das heißt ihr kommt gut runter und könnt damit schön die ecken anheben natürlich bei den füßen also in meinem fall ist es in den füßen wichtiger weil ich da immer so eingewachsene fußnägel habe ne schön sehr gut gefertigt sehr präzise gefertigt ja gehen wir zurück ich will es jetzt nicht kaputt machen bleibst du wohl nächstes instrument ist hier also eine diamant feile so hier ist sie die diamant feile zieht euch das ding mal rein das ist ja diamantös das feilenblatt aus rostfrei mehlstahl wurde bei der herstellung beidseitig mit diamantkörnern belegt diamantkörner da oben diamantkörner auf der rückseite eine seite besitzt eine grobe körnung wodurch das kürzen von fingernägel ganz einfach vom statten geht die zweite seite ist spürbar feiner ja man spürt es hier grob hier fein ja diese eignet sich besonders gut zum formen und versiegeln der nagelkanten damit ein ausfransen verhindert werden kann dank des verwenden materials ist die feile sehr langlebig das heißt also wir können hier schön an unseren zu formenden nägeln entlang gehen und sie dadurch erstmal grob vorformen zack 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 wenn wir das erledigt haben drehen wir die feile um und machen das gleiche nochmal mit der anderen seite und können dadurch dann ein finish reinbringen das ist wie wie bei einem messer ein messer hat dann gerade am schluss und man also man feilt das ja ab immer in einem schönen spitzen winkel und danach geht man hin mit leder und zieht das darüber um die und des finish hinzukriegen das kann man hiermit sehr gut auch machen also erstmal die grobe seite benutzen zum vorformen und dann die feine zum finishen sehr schön cooles ding liegt auch gut in der hand und da sind diamanten drin echte diamanten wenn ihr dann irgendwann nicht mehr nicht mehr damit arbeiten wollt könnt ihr die dann zum pfandleier bringen das war ein scherz okay kommen wir zur remus diamantpfeile für fußnägel und hornhaut auch die diamantpfeile für fußnägel und hornhaut wurde auf beiden seiten mit diamantkörnern belegt eine seite besitzt eine gröbere hier man hört das richtig eine gröbere körnung und eine andere seite eine feinere oh ja man merkt es also wenn ihr drüber streicht merkt ihr das sofort grob und nicht so grob also fein daher können beide seiten verwendet werden und es werden nicht mehrere feilen zum kürzen und formen sowie versiegeln der nägel gebraucht das besondere an dieser feile ist dass auch hartnäckigste hornhaut an den füßen und besonders dicke nägel gekürzt werden können ergo fängt man wieder mit der groben hier sieht man es auch richtig guckt euch das an richtig grobes und da richtig fein ne also hier auch wieder das grobe erstmal zum formen benutzen und wenn ihr dann eine form eingebracht habt die dann aber noch sehr ja so so sehr scharf ist dreht ihr um feine seite und die hier ist natürlich für die fußnägel nicht für meine finger weil es nur als beispiel gesetzt ne so also coole feile sehr schön weiter geht's im set so rein damit nächstes teil das ding hier das ist was cooles das ist ein hufstäbchen ein hufstäbchen warum heißt das hufstäbchen weil es an eine hufe erinnert ne von einem pferd zum beispiel also von einem von einem tier welches auf hufen läuft so sieht das ding aus und wir haben zwei seiten eine gummierte und eine ja so härtlichere hierbei handelt es sich um ein gummiertes pferdefüßchen in der farbe weiß der zum zurückschieben von nagelhaut verwendet wird der weiche gummi schont im gegensatz zu herkömmlichen edelstahl nagelhaut schiebern die nägel oh yeah außerdem können mit der spitzen seite des hufstäbchen hier unten da das ist die spitze seite auch ablagung unter dem nagel und dem nagelbett entfernt werden bei diesem vorgang sollte unbedingt darauf geachtet werden dass das nagelbett nicht verletzt wird dies ist sehr empfindlich und kann sehr schnell entzünden dies sieht nicht nur unschön aus sondern kann auch äußerst schmerzhaft sein ne also hier kann man schön drunter popeln und dreck entfernen ich glaube ich habe irgendwo sehr viel dreck ja hier so machen wir das mal da oh guck mal her boah der geht ja super ab hier zack weg ist der dreck jo das funktioniert gut fort damit ne und hier euer ähm freund hat hier immer so nagelhautchen und das kann man super mit diesem teil zurückschieben dafür ist das sehr schön sehr schön funktioniert das super teil geil und super name ne rufstäbchen so jetzt haben wir die erste seite completed jetzt öffnen wir die zweite seite aber wir sind noch nicht fertig jetzt kommen die 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 anderen guten equipment teile zieht euch diese zangen hier an drei stück an der zahl es sind ja acht stück zwei vier fünf sachen auf der rechten seite und drei sachen auf der linken seite wir fangen an mit dem kumpel hier so sieht das ding aus ähm und hier haben wir eine haut zange das ist eine haut zange mit so einer sich mit so einem sichungs gummi oben drauf so sieht die haut zange aus die gute alte haut zange so diese haut zange die ist dafür da um eure ähm um eure haut zu entfernen natürlich jetzt nicht äh so einfach mal reinschneiden nein nein das macht man mit system die haut zange ist zehn zentimeter lang ihre schneide nur fünf millimeter dadurch liegt sie optimal in der hand das edelstahl produkt hier ist doppelt gefedert und sticht durch seine ausgezeichnete qualität hervor hier seht ihr die feder die ist dafür da um immer nach einem druck die klinge vorne wieder zu öffnen weil es wäre ja blöd wenn ihr zu tief reinschneidet und bleibt dann hängen weil es irgendwas verkalt nein nein das ist dafür da um einfach das ist bei hochwertigen materialien so dass dort das ist ja mehr arbeit das einzusetzen das heißt also es ist dadurch auch hochwertiger in der fertigung es ist komplexer zu fertigen aber dafür auch professioneller ne also das gibt euch sozusagen ein gegendruck den ihr dann viel besser dosieren könnt den druck beim schrauben äh nicht beim schrauben sondern beim 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 zukneifen okay also diese feder ist toll also sie fühlt sich auch gut an also die anderen zänkchen immer so blöpp dann bleiben die zu dann gehen die auf hier geht's schön zurück sehr schön mit dieser haut zange ist das entfernen der nagelhaut kein mühsamer vorgang mehr oh nein es wird empfohlen die in der ecke beziehungsweise die empfindliche haut zuerst einzuweichen zu ungefähr zehn minuten im wasserbad ähm anschließend können abstehende hautfädchen abgezwickt werden die schneide besitzt eine besondere form die sieht man wirklich ist echt eine besondere form durch ähm welche die zange sehr nah an der haut angesetzt werden kann und eine glatte und optimalen schnitt zur folge trägt auch mit dieser zange ist die verletzungsgefahr des nagelhauts hoch deshalb vorsicht 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 ich könnte das mal kurz hier demonstrieren vielleicht in einem meiner finger zipp ab weil ihr seht die schneide ist ist hier so geformt dass sie in einen kleinen winkel geht und hier die beiden die sind scharf die beiden hier vorne sind scharf das hier ist nicht scharf und hier auch nicht aber die beiden hier vorne sind scharf und wenn ihr die dann konturmäßig eurem euren finger oder euren füßen natürlich an gleich könnt ihr die super abzwicken zack einfach nur zusammenzwicken und dann ist die hautgeschichte dann ist die fort von da sehr gutes gerät liegt gut in der hand echt cool zipp 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 kann man super arbeiten an seinem füßli weil da hat man das ja auch und an den oberseiten sprich an eurer händen so jetzt packen wir die wieder hier rein damit sie schön sicher bleibt yeah das ist also die Remos Hautzange so jetzt quetschen wir das hier wieder rein war das so oder nicht weiß das gar nicht mehr jetzt kommen wir zu so einem bombastischen Bomber hier zieht euch das rein ich glaube ich habe einen Fallschirm rausgeholt boah guckt euch das an was ist denn das wie war denn das da drin oh oh so puh das ist ja ein cooles Ding yeah der hat auch so ein Dreiecksgedöns hier hmm Nagelzangenkopfschneider ist das der gute alte Kopfschneider er schneidet vom Kopf her alles was ihr wollt oh yeah so das ist ein Kopfschneider Nagelzange wir holen sie raus zack da ist wieder so ein extra Gedöns bei und hier hinten ist so eine Sicherung drin diese Sicherung müssen wir erst entsperren so zack habt ihr gesehen ich habe ein bisschen ich mache nochmal ich habe den hier ein also hier ist ein Haken dieser Haken den kann man einklemmen hier in die Zange so ne so und den zu entsperren müsst ihr einfach mehr Druck nach innen aus aus ähm üben ne also ihr seht ja diese Zangenbewegung das hier sind die Hebel die einigen sich hier und gehen dann in einen kleineren Hebel zurück und werden dann gebündelt hier vorne und wenn ich hier hinten drauf drücke nur drauf drücke dann schnellt diese Sicherung auf und ich kann das Werkzeug nun entfalten jetzt seht ihr vorne ist ist er bereit um Köpfe zu schneiden dieses spezielle Nagelzangchen besitzt eine gebogene Schneide mit zwei Spitzen und kann für sehr dicke Nägel problemlos verwendet werden jo das ist ja auch ein Oschi dieses Edelstrahlinstrument ist an die Form des Nagels angepasst und kann von links sowie Rechtshändern gleichwertig verwendet werden dank der Schneide kann auf beiden Seiten gleichzeitig gut geschnitten werden und das Umgreifen ist nicht mehr nötig sondern ihr könnt einfach mit einer Hand von beiden Seiten schneiden top Ding eh auch eingewachsene Nägel können mit der sehr schlanken Spitze vorne hier das ist die sehr schlanke Spitze vorne hervorragend freigeschneiden werden die Zange besitzt einen geschraubten Doppelfeder seht ihr da ist eine Schraube da und da diese Doppelfeder könnt ihr also austauschen da sieht man wieder die Qualität es ist natürlich etwas teurer in der Anschaffung kann aber viel länger verwendet werden weil es ja auch Ersatzteile dafür gibt die könnt ihr auswechseln ihr könnt sie schärfen lassen ihr könnt sie auswechseln also eine geschraubte Doppelfeder welche bei Bedarf auch ausgewechselt werden kann dank des durchgestreckten Gewebes hält diese 14 cm lange Zange ihre Spannung auf Dauer boah guckt euch das an das ist ja voll das Instrument schön geformt hier vorne um sich der Kontur der Nägel an euren Füßen anzueignen zueignen und dann einfach ich klippse mal kurz hier noch ein bisschen rum zack weg ist er also das war jetzt hier ganz schnell Kontur zack weg top superb ey das geht ja topi mopi mit dem Ding hier super so jetzt packen wir die wieder ein ich glaube ich hab's wieder falsch umrein gemacht gucken wir nochmal nein ich hab's richtig umrein gemacht und wir müssen sie natürlich noch danach hier wieder einrasten zack das ist der Nagelzangenkopfschneider ganz tolles Teil wie haben die das denn da reingequetscht meine Güte ich glaube ich muss wieder hier durch ne zack so jetzt kommen wir zum letzten Vertreter seiner Art das ist jetzt die gute alte Eckenzange die Eckenzange ja sie ist spitz sie ist total spitz drauf so das heißt also hier haben wir eine Eckenzange die hat auch wieder ein geschraubter Sachen hier das heißt sie können auswechseln sehr präzise gefertigt da steht sogar eine Nummer drauf 7519 stand das jetzt bei jedem drauf ich glaube bestimmt die Remus Eckenzange aus Siedelstahl bekämpft schnell und einfach eingewachsene Zehennägeln und das ist bei mir oft der Fall dieses Instrument ist speziell für diesen Vorgang erstellt worden danke dafür dass ihr das erstellt habt denn ich habe permanent eingewachsene Fußnägel weil ich den ganzen Tag in Arbeitsschuhen zehn Stunden manchmal rumrennen muss und das mögen meine Zehennägel nicht ja es handelt sich um einen herkömmlichen Nagelknipser nicht nein nein kein herkömmlicher Nagelknipser was durch die schlanke zugespitzte Schneide erkennbar ist dank dieser besonderen Schneide die ihr hier sehen könnt können eingewachsene Stellen problemlos erreicht werden die Zange kann bei Bedarf nachgeschliffen und desinfiziert werden eine integrierte und auch wechselbare Doppelfeder gibt der Eckenzange die nötige Spannung super Teil guckt euch das an sieht schon high professional mäßig aus also das ist eine Eckenzange extra für die Verwendung bei eingewachsenen Fußnägeln also dieses Set wird mich richtig weiter bringen das wird mir Freude bringen meine Füße zu behandeln so das schieben wir jetzt wieder rein und immer aufgeräumt immer alles griffparat ihr könnt schnell und effizient arbeiten mit diesem tollen Olymp das Set Olymp kann mit einem Reißverschluss geöffnet und verschlossen werden sowie auseinander geklappt werden wie ihr hier seht somit liegen alle wichtigen Maniküre und Pediküre Instrumente aufgereiht und ordentlich verstaubt nebeneinander nicht verstaubt sondern verstaut und ihr seht ja hier Pediküre Maniküre und ihr könnt beides damit nutzen ich werde natürlich jetzt erstmal die Pediküre abdecken und natürlich auch Maniküre werde ich auch nicht mal versuchen weil meine Finger sind auch nicht so der Burner aber die werden wir schon damit schön hinkriegen das praktische Tree ist in zwei verschiedenen Ausführungen sogar erhältlich also könnt ihr sogar wählen ich habe jetzt schwarz genommen oder ihr könnt da sogar wenn ihr super high professional drauf seid dann könnt ihr da sogar noch so einen Stoff einsetzen lassen den ihr dann überklappen könnt um die Instrumente von beiden Seiten sogar zu schützen also wir haben hier eine Größe von 20 x 17 x 3 cm die Farbe in meinem Fall ist schwarz und es handelt sich um ein großes Etui mit Platz für bis zu 12 Körperpflegeinstrumente das Etui besteht ganzheitlich aus echten Leder und ist 210 x 170 x 30 mm groß es beinhaltet flexible Schlaufen welches die Maniküre und Pediküre Instrumente im Set fixieren und das hier oben ist auch cool da könnt ihr wirklich alles schön rein stopfen oder rein machen was ihr gerade nicht verbaut so also es ist immer noch genug Platz da cooles Set echt cool so dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.